In der bunten Kleintierwelt haben einige Tierchen ganz spezielle Bedürfnisse. So ist zum Beispiel für einen Chinchilla die regelmäßige Fellpflege von großer Bedeutung. Feuchtigkeit sowie überschüssiges Fett werden durch das Waschen mit extra vital Badesand absorbiert und Schmutzpartikel werden gelöst. So wird dem Tier eine artgerechte Umgebung geschaffen, in der es sich sichtlich wohlfühlt. Dies ist Wellness für Ihren Chinchilla im wahrsten Sinne des Wortes. BAFA Extra Vital Badesand ist auch speziell für Rennmäuse erhältlich. Wühlen, Lagen und Laufen, das sind die typischen Lieblingseigenschaften von Rennmäusen. Und so haben auch alle anderen Kleintiere ihre ganz besonderen Vorlieben. Ratten entspannen gerne mal in einer Hängematte, während Degos auf ihrer Aussichtsplattform klettern und Hamster sich im Laufrad austoben. Über weitere spezielle Bedürfnisse informiert Sie gerne Ihr BAFA Zufahrhändler.